Berne 2020, Graffiti, Aktion 22.09. in Berne. Zwei Ortseingangsschilder werden erstellt und am Ortseingang und Ausgang aufgebaut. Das ist der Künstler, Eleftherakis, malt gerade die Bilder oder sprayt gerade. Eigentlich darf man das nicht sagen, das ist ja ein künstlerischer Act. Und Kinder wie Erwachsene setzen ihre Handabdrücke unten drunter. Man kann das hier sehen, ich gehe mal ein bisschen näher ran als Bestätigung, dass sie die Aktion gut finden und Berne 2020 den Ort nach vorne zu bringen unterstützen möchten. Und wie gefällt euch das? Mach mal was in die Kamera bitte. Gut? Ja. Ja? Toll. Die Aktion des würde sein. Vielen Dank. Dankeschön, nicht dem Giglio. Vielen Dank. Weißen Wirklichkeit. Wirklichkeit. Wenn wir uncasел, dass uns die Faust nach unten erstellt video,きます wenn wir uns die Faust nach oben carefullyаue Queensland sites die Vielen Dank.